Fast 2 Jahre ist es her, dass sich Sophia Thiel voll und ganz von Social Media zurückgezogen hat. Nun, 21 Monate später, gibt die Fitnessbloggerin ein erstes Lebenszeichen. Und das ist mehr als mysteriös. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 25-Jährige kommentarlos ein Video, das eine leere Batterie zeigt, die aufgeladen wird. Was genau das Video bedeutet, wird nicht klar. Aber es ist anzunehmen, dass Sophia damit andeuten will, dass sie die Auszeit brauchte, um sich sinnbildlich aufzuladen. Die über eine Million Follower der Influencerin feiern ihre Wiederkehr. Innerhalb kürzester Zeit hat der Post hunderttausende Kommentare und Likes. Auch viele andere Promis und Influencer kommentieren Sophias Video. Darunter auch Daniela Katzenberger und Sarah Harrison. Wir sind gespannt, ob wir nun wieder mehr von der Bloggerin zu hören bekommen.